Hallo und recht herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Es ist mir eine Freude, dich wieder begrüßen zu dürfen und worum wir zu heute gehen? Heute geht es um die Pansy Confusion. Und wenn du wissen willst, wie diese Angriffsart funktioniert, dann bist du hier genau richtig. Die Pansy Confusion, eine Angriffsart, die es in sich hat und vor allem diejenigen betrifft, die mit irgendwelchen Package-Managern arbeiten. Ich werde das anhand des Paketmanagers Maven erklären, wie das funktioniert und was da passiert. Aber das ist eins zu eins umsetzbar auf die anderen Paketmanager. Und ja, diese Angriffsart wird sehr häufig verwendet und hat auch schon einiges an Schaden angerichtet. Also dementsprechend macht es Sinn, sich damit zu beschäftigen. So, also wir fangen jetzt an mit Maven, die Grundlagen, wie funktioniert das, um dann gleich zu verstehen, wie die Angriffe über die Pansy Confusion gehen. Jetzt wollen wir uns mal anschauen, wie Maven funktioniert, also wie Maven an sich funktioniert. Intern, das ist natürlich dann auch übertragbar auf verschiedene andere Paketmanager. Maven ist halt jetzt hier ein Beispiel, also dementsprechend in den Details wird es wahrscheinlich Unterschiede geben. Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, so funktioniert eben dieser gesamte Prozess, um Pakete aufzulösen. Das fängt damit an, dass ich eben eine POM XML zum Beispiel definiere. Ich möchte Jakarta-Kommens-Lang haben. Dann habe ich da eine Gruppen- und eine Artefakt-ID. Das bedeutet so viel wie, ich habe einen Besitzer, eine Organisation, eine Firma, was auch immer, die einen Namensraum darstellt. Zum Beispiel, komm Jakarta oder was auch immer. Und darin habe ich die Artefakt-IDs. Das heißt also, der Name des jeweiligen oder dieser jeweiligen Entität. Und die Entität selber, die hat dann verschiedene Versionen. So, damit habe ich jetzt Folgendes. Ich definiere also einen Namensraum. Innerhalb dieses Namensraum ein definiertes Element. Innerhalb dieser Elementhistorie habe ich dann eben genau dieses eine Versionsnummerchen, was ich da habe. Das heißt, entlang des Zeitstrahls auf derselben Entität kann ich mich vor- und zurückbewegen. Soweit ist das erstmal ganz normales Dependency-Verhalten oder ganz normales Deklarieren eines Binarys, was ich dazu haben möchte. Und jetzt kommen wir zu den Feinheiten. Also das heißt, wenn ich jetzt in meiner POM XML das als Dependency definiere und sage, jetzt baue das Ganze mal, dann passiert Folgendes. Der schaut also nach im lokalen Folder, also Punkt M2, das ist der lokale Cache. Und dort schaut er nach, sage mal, habe ich denn jetzt eigentlich genau diese Gruppe, dieses Artefakt und entlang dieses Zeitstimpels eben genau diese Versionsnummer. Wenn ich die nicht habe, dann frage ich meinen übergeordneten Vater nach oder das übergeordnete Repository. Da frage ich dann nach. Und da kann es jetzt Unterschiede geben. Per Default wäre das Maiden Central. Das heißt, wenn ich es lokal nicht finde, geht er direkt an das Hauptrepository, Maiden Central, und sucht dort eben nach der Gruppe, nach dem Artefakt und dann nach der Version. Ist dieses dort vorhanden? Dann wird es geladen, in den lokalen Cache abgelegt und dem Bildprozess zugefügt. Das heißt, ich habe also jetzt in dem Moment von Maiden Central ein Binary geholt, das lokal im Punkt M2-Folder abgelegt und ich verwende dieses Binary dann für jeden Bild, der genau diese Dependency dann eben, ja, sagen wir mal, adressiert. Jetzt habe ich hier schon das erste Problem. Ich habe nämlich einen lokalen Cache. Das heißt, wenn hier zum Beispiel schon ein infiziertes Binary drin wäre, würde ich für jeden Bild dieses benutzen, weil sobald ich das lokal finde, fragt der nicht mehr bei den übergeordneten nach. Dementsprechend ist es so oder so immer eine gute Idee, regelmäßig den Punkt M2-Folder mal zu löschen, aufzuräumen und so zu sehen, dass eben die Dependencies neu gezogen werden. Was passiert denn jetzt eigentlich, wenn ich nicht direkt Zugriff auf das Repository Maiden Central möchte, beziehungsweise wenn dort diese Dependency gar nicht liegt, weil es eine Firmenintern ist oder weil ich mich innerhalb eines geschlossenen Netzwerks befinde und nur über bestimmte Gateways hinaus darf, was eben auch eine gute Best Practice ist, dann definiere ich in der Server XML oder bei irgendeinem anderen Paketmanager eben an der jeweiligen Konfigurationsstelle, gehe bitte, wenn du selber nicht findest, zu diesem Repository. Das könnte jetzt das zum Beispiel innerhalb des Firmennetzwerksegmentes sein, was für mich zuständig ist, was als Gateway fungiert. Dann frage ich also lokal nach, habe ich nicht, dann frage ich bei dem nach und wenn der es nicht hat, dann fragt der bei dem nächstübergeordneten nach bis irgendwann bei Maiden Central oder irgendwelchen anderen. Soweit habe ich das selber noch unter Kontrolle innerhalb der Firma. Da kann ich also selber noch sagen, ich lusche die beiden Reise, ich lege dort bestimmte Dinge ab oder, oder, oder. Jetzt habe ich aber ein Default-Verhalten, das auch dieses eigene Repository eben bei übergeordnet nachfragt. Aufgrund von Performance-Engpässen, wenn jetzt alle nur auf Maiden Central gehen würden, hat man das so gemacht, dass es von Maiden Central zum Beispiel bestimmte Mirrors gibt. Das heißt, es ist ein anderes Repository, es holt sich immer eine Kopie von Maiden Central und bietet dieses an. Dieses Mirror, dieser Spiegel, der dort vorhanden ist, da gibt es eben die offiziellen. Die sind dann auch gelistet. Wir sind ein offizieller Mirror von Maiden Central. Oder aber es sind Firmen, die das einfach bereitstellen, weil sie sagen, ja, also wer dieses Repository hier nutzen kann, wir spiegeln unter anderem auch Dependencies von A, B und C und D. Es gab zum Beispiel mal von der Firma JFrog genau sowas, das nannte sich J-Center und das war auch ein Superset von verschiedensten Repositories. Also da hat sich die Firma JFrog gesagt, wir bauen etwas Größeres als Maiden Central und wir nehmen eben nicht nur Maiden Central, sondern eben auch kleinere oder andere Firmenrepositories, die offiziell angeboten sind und aggregieren die zu einem Superset, weil wir wollen, dass alle Entwickler über J-Center gehen. Damit hat diese eine Firma gesagt, wir kümmern uns sozusagen um die Sicherheit und wir saugen überall das Zeug her. Das ist natürlich auf der einen Seite sehr komfortabel, auf der anderen Seite birgt das natürlich auch die Gefahr, dass wenn dieser zentrale Platz eben kompromittiert ist, dass gleich alles kompromittiert ist. Auf der anderen Seite aggregieren so aber die verschiedensten Caches. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel von einer Firma eine Dependency habe, die haben ein Repository und sie bieten an, dort dieses zu ziehen, kann es sein, dass es so konfiguriert ist, dass es eben auch alle anderen gängigen Open Source auch vorhält. Habe ich also jetzt dort eine Anfrage und es wird mir von dem Repository schon die Antwort geliefert, dann hole ich gar nicht, wie eigentlich gedacht, von Maiden Central dieses Binary, sondern ich hole das von dieser Firma. Und hier wird es jetzt langsam kritisch, weil ich habe nicht nur Mirrors, ich habe also verschiedene Anbieter von Third-Party-Komponenten und ich muss eigentlich den Überblick behalten, wo bekomme ich das einzelne Binary denn wirklich her. Und hier muss ich bei den Paketmanagern sehr sauber konfigurieren, dass ich zum Beispiel sage, nur das von dieser Firma, was dieses Open Source Projekt anbietet, werden genau diese Dependencies gezogen und sonst nirgendwo her. Alles, was zum Beispiel allgemein ist, wird dann letztendlich über meinen eigenen Cache von einem, sagen wir mal, offiziellen Mirror oder von Maven Central geholt und so weiter und so weiter. Und so ist es eben, dass nicht nur die Dependencies von Maven geholt werden, sondern eben auch die Plugins. Und diese Plugins, die haben einen direkten Einfluss auf den Lifecycle dieses Build-Prozesses. Das heißt, während die Dependencies kompromittiert sein können und zur Laufzeit eben etwas anrichten können, so ist es, dass beim Build-Prozess an sich, wenn ich Plugins kompromittiere und da achten wir wenigstens darauf, dass wirklich das Plugin von der Stelle ist oder holen sich sehr vues sehr viele Convenience-Plugins dazu, dass dort eben eigentlich der Kompromittierungsprozess stattfindet, weil das Plugin sagt, oh, übrigens, ich hole hier das her oder ich habe das Binary dabei, ich baue das in den Breitenboot ein und schiebe das dann raus. Also an der Stelle muss ich sehr genau aufpassen, habe ich jetzt meine Dependencies, wo kommen sie her, wie konfiguriere ich eben diese Dependency Manager, dass zum Beispiel nur das aufgelöst wird von diesem Repository, was ich auch wirklich von diesem Repository erwarte. Und da, ja, da muss man wirklich ein Auge drauf haben und das ist leider von Paketmanager zu Paketmanager unterschiedlich. Teilweise kann man es konfigurieren, teilweise kann man es nicht wirklich konfigurieren und dementsprechend muss man also hier sich mit dem jeweiligen Paketmanager etwas intensiver auseinandersetzen, damit ich eben diese Feinheiten verstehe und dann eben den Zuzug von externen Binarys sehr explizit zu kanalysieren. Und dann stellt sich natürlich die Frage, was ist genau Dependency Confusion? Also, Dependency Confusion beruht darauf, dass ich bei der Definition von solchen Abhängigkeiten Gruppenname, Artefaktname und eine Version habe. So, und es zielt meistens auf die Version. Es zielt nicht auf den Namen an sich. Das sind andere Angriffsarten, die also auf Schreibfehler hingehen. Das mache ich in einem separaten Video. Hier geht es darum, dass ich eben mir diese Version anschaue. So, und was passiert jetzt? Ich definiere jetzt in meinem Projekt zum Beispiel die Abhängigkeit Jakarta Commons Lang, meinetwegen, mit der Version 2.3 und sage, wenn eine neuere Version da ist, dann gebe sie mir bitte. Was mache ich? Ich gehe mit dem Plugin, zum Beispiel Versions Plugin hin und sage, gib mir mal die Information, gibt es neue Versionen davon? Dann fragt er beim übergeordneten Repository nach. Das fragt er wieder übergeordnet nach und so weiter, bis irgendwann aus Maven Central kommt. Ah, hier, hier ist eine neue Version verfügbar. Dann trage ich diese Version ein oder ich lasse automatisch die Version hochsetzen, ziehe diese Dependency, verwende sie und gut ist. Und genau hier liegt eigentlich auch das Problem, weil, nehmen wir mal an, ich habe eine firmeninterne Abhängigkeit. Meine Firma.com, Utilities in der Version 2.3. Dann gehe ich ja erstmal davon aus, dass ich innerhalb des Unternehmens diese Abhängigkeit habe und wenn dort eine neue Version ist, dann nehme ich sie, weil sie ist ja außerhalb oder von dem eigenen Unternehmen und es ist die neue Utility, die Policy ist Folge immer der neuen Version, wie auch immer. Wie passiert jetzt die Namensauflösung? Wenn jetzt jemand, ein ehemaliger Mitarbeiter, aktiver Mitarbeiter oder jemand, der zum Beispiel ein Produkt, was ausgeliefert worden ist, reverse-ingeniert und sieht, da ist eine Abhängigkeit, die heißt dieundiefirma.com oder com.dieundiefirma Artefakt-ID Utilities in der Version 2.3 und hat dieses Jar. Dann kann er dieses Jar extrahieren. Dann kann er mit Bytecode, Reverse Engineering relativ einfach den Quelltext haben und er kann vor allen Dingen diese Funktion, die dort vorhanden ist, verändern. Das kann ein unterschiedliches sein. Das kann ein Abgreifen von Informationen sein, das kann Vorbereitung für ein Remote-Code-Execution sein und, und, und. Auf jeden Fall habe ich dieses Binary und ich kann da jetzt Manipulationen durchführen. Derart, dass wenn ich sie normal benutze, diese Library, sie immer noch API-kompatibel ist. Jetzt gehe ich zum Maven Central und schaue nach, ob, com.meine Firma, ob das da schon registriert ist. Wenn nicht, dann nehme ich genau das und registriere mich da oder ich gehe zum Beispiel zu einem Mirror, der einfach zu manipulieren ist, breche dort ein oder ich baue selber ein Mirror oder was auch immer, gibt da die verschiedensten Möglichkeiten, je nachdem, wie breit angelegt dieser Angriff ist und werde jetzt versuchen, dort unter com, Firmenname, das zu registrieren und lade dort dieses veränderte Binary hoch mit einer etwas höheren Versionssummer. Wenn die interne Versionssummer 2.4 ist, nehme ich zum Beispiel 2.5 oder ich nehme 3.0 oder 3.2 oder wie auch immer. Jetzt wird also von intern sozusagen nachgeguckt, gibt es eine neue Version, das interne Repository sagt nein, fragt bei Maven Central und sagt, oh ja, da habe ich was. Da ist übrigens die Version 2.5 und intern haben wir 2.4. Dann sagst du, oh ja, kleines Update und sagst, ja, hol es mir. Du fragst ja dein internes Repository, aber das Repository intern ist konfiguriert, das auch bei Maven Central eben nachfragt. Und schon holt es diese modifizierten Banaries von draußen in das interne Netz und legt es dort eben in den Cache. Und von da aus blutet es dann in alle Projekte, die irgendwie diese Dependency haben. Und schon habe ich das Problem, dass malicious Code in meinem Unternehmen mit einer firmenigen Dependency vorhanden ist. Und erst wenn es mal die Version 2.6 oder so gibt, weil irgendjemand fragt, was ist denn hier? Dann könnte man vielleicht finden, ah, da ist eine Version 2.5, keine Ahnung, wo kommt er her, wer hat das gemacht, löschen oder als böse deklarieren und setzt dann die Version 2.7 hoch und und und. Aber das kann von draußen natürlich auch passieren. Aber prinzipiell ist erstmal nur die Funktionsweise von Dependency Confusion. Ich nehme also dieselbe Gruppen- und Artefakt-ID, nehme eine etwas höhere Version und lasse so von außen diese Banaries in die Unternehmen hineinploten. Das nächste, was wir uns anschauen, ist, was gibt es da eigentlich für Risiken bei Dependency Confusion oder was sind die Ergebnisse von Dependency Confusion? Also, fangen wir mal ein mit den Sicherheitsrisiken. Ich hole mir also irgendwie Militisches Code rein, das heißt, ich habe irgendwie veränderte Funktionen, ich habe einen Angriff von innen, ich habe die Vorbereitung für einen größeren Angriff oder was auch immer. Das heißt, sind also ganz klassische Sicherheitsrisiken, die durch Dependency Confusion eben auf mich zukommen. Und, man darf nicht vergessen, wenn ich schon mal mit Dependency Confusion in ein Unternehmen reinkomme, dann sehe ich auch zu, dass ich diese Dependency maintaine. Das heißt, sie wird regelmäßig mit einem Update versehen, es werden vielleicht irgendwelche Sachen gemacht, so dass ich unsichtbar bleibe und weiter diese Version maintainend wird und die Leute sagen, oh, neues Update, neues Update. Und die umfangreiche oder das, der Umfang der Funktion wird sukzessive erhöht. Also man versucht, so unsichtbar wie möglich zu bleiben und dann nach und nach damit eben die Funktion auszubauen. Das ist das eine. So, und was kann natürlich noch passieren, außer die Sicherheitsrisiken? Das sind Reputationsschäden. Also, wenn ich jetzt so etwas ausliefere, dann habe ich natürlich auch das Problem, dass ich, sagen wir mal, Funktionen an meine Kunden ausliefer, die ausgenutzt werden können. Das heißt, ich werde ja nicht nur selber angegriffen, sondern ich bin der Multiplikator davon. Das heißt, mein Produkt geht zum Kunden, hat dort eine Schwachstelle, eine Sonderfunktion mit einem Schuss-Code und damit verliere ich natürlich auch einiges an Reputation und die Kosten sind nicht wirklich absehbar beziehungsweise es kann das Unternehmen auch schlicht und ergreifend dann komplett in den Abgrund ziehen. Des Weiteren habe ich natürlich auch, sagen wir mal, rechtliche Konsequenzen, mit denen ich fertig werden muss, wenn zum Beispiel aufgrund dieser Veränderungen Schaden bei anderen entstehen und es kann durchaus sein, dass ich da eben, je nachdem, welcher Richtstand ist, in welchem Land ich bin, Schadensersatzforderungen oder was auch immer kommt, so dass ich da vertragsbrüchig bin, weil ich zum Beispiel eben für eine Sicherheitslücke gesorgt habe und und und. Das ist nicht ohne. Also ich habe nicht nur einen Reputation scheiden, sondern ich habe auch rechtliche Konsequenzen dabei. Auf der anderen Seite, weiteres Risiko ist natürlich auch ein Breakdown. Das heißt, es kann durchaus sein, dass ich mein eigenes Angebot komplett runterfahren muss, weil diese Sicherheitslücke sich so verteilt hat in meinem System, dass ich es erstmal finden muss, neu aufbauen muss. Ich muss das komplett deaktivieren, vielleicht auch komplett neu ausrollen, die gesamte Infrastruktur, überall, wo diese Dependency drin ist. Und wenn ich gerade so eine interne Dependency abgegriffen habe, dann kann das natürlich schon echt fies sein, weil dann bin ich vielleicht sogar in so ziemlich allen Microservices, die mit dieser Programmiersprache geschrieben worden sind, eben drin und wer weiß, was damit noch alles gemacht worden ist. Eine andere Sache ist natürlich auch Compliance Violations. Das heißt, da geht es dann eher so in das Problem der Rechte. Also sind da irgendwelche Compliance oder sagen wir mal Legal Issues, mit denen ich mich dann auseinandersetzen muss. Im Großen und Ganzen kann man aber sagen, ich habe nicht nur die Gefahr, dass ich selber Sicherheitslücken habe. Ich bin der Multiplikator und das kann eben sein, dass ich Vertrauensverluste habe, Schadensersatzklagen habe, dass mein Dienst runtergefahren werden muss und, und, und. Das heißt, die Auswirkungen von Dependency Confusion können sehr, sehr breit sein. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was kann ich eigentlich dagegen tun oder wie fällt mir sowas auf? Also prinzipiell muss man zusehen, dass man einige Sicherheitsvorkehrungen hat. Und das Erste ist zum Beispiel, dass ich meine Dependencies halt rüfe. Das heißt, ich brauche also, sagen wir mal Scanner, die die Banaries eben kontrollieren. Sind sie signiert? Sind sie richtig signiert? und haben sie dieselben Prüfsummen wie zum Beispiel das, was man selber hinterlegt hat, dass zum Beispiel bestehende Versionen nicht manipuliert werden können? Das nächste, was natürlich ist, dass ich die internen Repositories absichern muss. Oftmals versucht man, über Dependencies zu gehen, die Firmen intern sind, weil, damit unterlaufe ich meistens sehr, sehr viele unterschiedliche Security Guidelines oder, sagen wir mal, Sicherheitsschranken, weil die internen Dependencies diese als sicher angesehen werden. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass ich Jakarta Commons lang in ein Maven Central bekomme, weil diese Namen, Namensräume, die sind oftmals schon belegt und dementsprechend ist es dann nicht so einfach, dort hinein zu kommen mit manipulierten Binaris. Außer, ich würde bei Maven Central einbrechen und dort das Binary manipulieren, aber der Aufwand ist relativ groß verglichen dazu, den Namen einer internen Dependencies von einer Firma heraus zu bekommen und das dann draußen irgendwo zu registrieren und so hineinlaufen. Bedeutet, die internen Repositories muss ich so konfigurieren, dass diese Namensräume der internen Dependencies nur intern aufgelöst werden. Es gibt zum Beispiel Nexus, JFrog, Artifactory oder was auch immer. Diese verschiedenen Repository Manager kann man so konfigurieren, dass man sagt, diesen Namensraum nur intern auflösen, nicht nach oben weiter delegieren, die Anfrage und schon gar nicht außerhalb unseres Netzwerks raus. Und damit habe ich da schon mal sehr viel, sagen wir mal, verhindert. Ich muss Namensregeln erschaffen, dass mir sofort auffällt, wenn die Versionsnummer zum Beispiel nicht meinem Schema entspricht und diese Versionsnummern müssen sozusagen auch öffentlich in dem eigenen Netzwerk deklariert sein, dass ich nachschauen kann, ist das wirklich eine Version, die auch hier gelistet ist, die auch hier freigegeben ist. Ansonsten muss ich natürlich zusehen, dass alle Entwickler, die da noch beteiligt sind, sich dieser Problematik auch bewusst sind und eben nicht auf ihrer Maschine konfigurieren, guck mal bei Maven Central und dann mach mal, weil damit würde sozusagen, wenn ihr im Homeoffice seid oder was auch immer, eben an den VPNs vorbei oder was auch immer, diese Dependency eben gezogen werden und würde dann innerhalb dieses Prozesses dann verwendet werden, was auch nicht ganz ungefährlich ist. Sicherlich muss ich auch ein großes Augenmerk darauf legen, dass die Caches, die ich selber habe, eben abgesichert sind, damit ich dort nicht eben ein anderes Binary hineinlegen kann. Wenn also schon eine Infiltration als Netzwerk stattgefunden hat, dass ich eben dort sehe, das ist nicht das, was ich da drin erwarte. Nichtsdestotrotz kann was passieren. Dementsprechend muss man solche Sachen sofort reporten und man muss da auch eine gewisse Meldekette haben beziehungsweise ein Verfahren, ein Protokoll haben, um dann mit diesem Fehler umzugehen, weil es reicht ja nicht nur diese Version als böse zu markieren, sondern ich muss ja zusehen, dass ich in allen Caches, die irgendwo sind, das heißt die lokalen, als auch die in den Repositories, als auch in den Build Agents und, 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 dass die gesäubert werden, dass diese Dependency sofort eliminiert ist und ich muss natürlich auch immer eine Liste verfügen, da sind wir dann beim Thema S-Bom, das mache ich jetzt nicht hier, aber das mache ich im anderen Video, dass ich eben weiß, wo wird die überall direkt und indirekt verwendet und dann eben dort sofort diese Systeme eben zu klassifizieren, muss ich sie runterfahren, ja, nein, und schnellstmöglichst eben neu bauen. Ja, das ist eigentlich das, was man machen kann, das gleiche gilt für Third-Party Assessments oder für Third-Party Libraries, das heißt auch hier muss ich mir im Klaren darüber sein, wo darf ich sie überhaupt nur her beziehen und ich muss natürlich Informationsversionen, die offiziellen Versionsinformationen reinlaufen lassen, das heißt, wenn ich Jakarta-Kommenslang 2.3 habe, dann wäre es auch gut, wenn ich mal prüfe, sag mal, gibt es die Version 2.3 denn eigentlich auch oder ist das eine Version, die zwar da ist, aber in den Release-Dokumentationen dieser Open-Source-Projekte nicht gelistet ist. Auch da muss ich ein Auge drauf haben, weil ich kann ja nicht wissen, ob die Distributionen dieser Open-Source-Komponenten mit derselben Sorgfalt durchgeführt worden sind, wie ich das bei mir mache. So, damit habe ich jetzt mehr oder weniger die Möglichkeiten aufgezählt, die man zusätzlich zum permanenten Monitoren der eigenen Netzwerkinfrastruktur, Depensys und so weiter, durchführen kann, um sich gegen Depensy-Confusion zu wehren. Depensy-Confusion ist leider immer noch weit verbreitet und leider auch immer noch sehr erfolgreich. Dementsprechend kann ich nur sagen, Augen auf und zusehen, dass man da sehr, sagen wir mal, mit einem geschärften Bewusstsein an die Definition der Depensys als auch Plugins angeht, der Repositories sichert und mal schaut, was man so in den eigenen Caches rumfliegen hat. Ich hoffe, damit konnte ich ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, was Depensy-Confusion ist. Ich werde natürlich noch andere Angriffsarten erklären, also schau mal, welche Videos ich da noch so gemacht habe zu den Themen und ansonsten freue ich mich natürlich über Feedback, das heißt, wenn Anregungen, Anmerkungen hast oder wenn du sagst, ah Mensch, das wäre schön, wenn du mir das auch noch mal erklären könntest, dann lass es mich wissen. Ich bin über Social Media, E-Mail, was auch immer erreichbar. Man findet mich, also von dem her hoffe ich da auf einen regen Austausch. Ansonsten, egal was du machst, jetzt wünsche ich dir viel Spaß dabei. Hoffentlich schaust du dir gleich noch ein Video von mir an und ansonsten, bleib gesund, viel Spaß, wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald. ...